Robert Weilberg war ein österreichischer Schauspieler, Theaterdirektor und NS-Funktionär, Leben. Er begann seine Bühnenkarriere 1902 am Stadttheater von Tropau, kam 1903 nach Salzburg und 1904 nach Wien an das Reimund-Theater. Später agierte er auch auf anderen Wiener Bühnen wie etwa dem Deutschen Volkstheater, wo er 1938 unter Intendant Walter Bruno Ilzu, a. den alten Grafenmoor in der Eröffnungsvorstellung von Schillers die Räuber spielte. Als die Nationalsozialisten im März 1938 in Österreich einmarschierten, holte Weilberg gemeinsam mit dem NS-Betriebszellenleiter und Schauspieler Erik Frey während einer Vorstellung von Calderons der Richter von Zalamea, im Theater in der Josefstadt den ehemaligen Direktor des Deutschen Volkstheaters, Rudolf Bier aus einer Loge nach draußen. Nachdem dieser von Nazi-Schlägern schwer misshandelt wurde, nahm er sich am 9. Mai 1938 das Leben. Anlässlich der Volksabstimmung über den Anschluss Österreichs schrieb Weilberg, Dank und Heil dem Führer, Weilberg wurde Landesleiter der Reichstheaterkammer und Kulturbeirat der Stadt Wien. 1941 wurde er Oberspielleiter am Stadttheater und gegen Ende des Zweiten Weltkriegs war er Direktor des Bürgertheaters. Beim Film stand er bereits 1914 bei den ersten drei Inszenierungen Richard Oswalds vor der Kamera. 1920 spielte er in Martin Scharlatters letzter Gang, eine Elterntragödie nach Ludwig Anzengrubers Drama, das vierte Gebot den Klavierlehrer frei. In den 20er Jahren setzte er seine Filmlaufbahn in Österreich fort und verkörperte 1921 in dem Historiendrama der Rosenkreuzer den Kaiser Josef II. 1924 übernahm er die Titelrolle des Oberstredel in dem gleichnamigen Film und 1926 erneut in Brandstifter Europas. Als sich der Tonfilm durchsetzte erhielt Weilberg jahrelang kaum noch Angebote. Erst ab Mitte der 30 Jahre wurde er wieder öfter eingesetzt, allerdings meist nur in kleineren Charakterrollen. Auf der Bühne wirkte er zuletzt vor allem am Theater in der Josefstadt, Filmografie.